In einer trostlosen Vorstadtkneipe ruhte ich einen Augenblick aus, trank Wasser und Kognak, lief wieder weiter, vom Teufel gejagt, die steilen, krummen Gassen der Altstadt hinauf und hinab, durch die Alleen, über den Bahnhofsplatz. Fortreisen, dachte ich, ging in den Bahnhof, starrte auf die Fahrpläne an den Wänden, trank etwas Wein, versuchte mich zu besinnen. Immer näher, immer deutlicher begann ich das Gespenst zu sehen, vor dem ich mich fürchtete. Es war die Heimkehr, die Rückkehr in meine Stube, das Stillhalten müssen vor der Verzweiflung. Dem entging ich nicht, auch wenn ich noch so viele Stunden herumlief, nicht der Rückkehr zu meiner Tür, zum Tisch mit den Büchern, zum Divan mit dem Bild meiner Geliebten darüber, nicht dem Augenblick, da ich das Rasiermesser abziehen und mir die Kehle durchschneiden musste. Immer deutlicher tat dies Bild sich vor mir auf, und immer deutlicher mit rasend klopfendem Herzen fühlte ich die Angst aller Ängste, die Todesfurcht. Tja, ich hatte eine grauenhafte Furcht vor dem Tode. Obwohl ich keinen anderen Ausweg sah, obwohl Ekel, Leid und Verzweiflung rings um mich getürmt standen, obwohl nichts mehr mich zu locken, mir Freude und Hoffnung zu machen imstande war, graut mir doch unaussprechlich vor der Hinrichtung, vor dem letzten Augenblick, vor dem kalten, klaffenden Schnitt ins eigene Fleisch. Ich sah keinen Weg, dem Gefürchteten zu entrinnen. Ich würde im Kampf zwischen Verzweiflung und Feigheit heute auch vielleicht die Feigheit siegen. Morgen und jeden Tag würde von neuem die Verzweiflung vor mir stehen, noch erhöht durch die Selbstverachtung. Ich würde so lange das Messer zur Hand nehmen und wieder wegwerfen, bis es endlich doch einmal getan war. Dann lieber heute noch. Vernünftig sprach ich mir selber zu, wie einem geängstigten Kind, aber das Kind hörte nicht, es lief davon, es wollte leben. Zuckend riss es mich weiter durch die Stadt. In weiten Bogen umkreiste ich meine Wohnung. Stets die Heimke im Sinn, stets sie verzögernd. Da und dort blieb ich in einer Kneipe hängen, einen Becher lang, zwei Becher lang. Dann jagte es mich weiter, in weiten Kreisen um das Ziel, um das Rasiermesser, um den Tod herum. Totenmüde saß ich zuweilen auf einer Bank, auf einem Brunnenrand, auf einem Prellstein. Ich hörte mein Herz klopfen, wischte mir den Schweiß von der Stirn, lief wieder weiter, voll tödlicher Angst, voll flackernder Sehnsucht nach Leben. So zog es mich spät in der Nacht in einen entlegenen und mir wenig bekannten Vorstadt in ein Wirtshaus hinein, hinter dessen Fenstern heftige Tanzmusiker scholl. Überm Tor las ich ihm hineingehen ein altes Schild, zum schwarzen Adler. Drinnen war Freinacht, lautes Menschengetümmel, Rauch, Weindunst und Geschrei. Im Hinternsaal wurde getanzt, dort wütete die Tanzmusik. Ich blieb im vorderen Raum, wo lauter Einfacher, zum Teil ärmlich gekleidete Leute sich aufhielten, während hinten im Ballsaal auch elegante Erscheinungen zerspähen waren. Vom Gedränge durch den Raum gestoßen, ward ich neben dem Buffet an einen Tisch gedrängt. Ein hübsches, bleiches Mädchen saß auf der Wandbank, in einem dünnen, tief ausgeschnittenen Baldkleidchen, eine verwelkte Blume im Haar. Das Mädchen blickte mich, als es mich kommen sah, aufmerksam und freundlich an. Lächelnd rückte es ein wenig beiseite und machte mir Platz. Darf ich? fragte ich und setzte mich neben sie. Gewiss, du darfst, sagte sie. Wer bist du denn? Danke, sagte ich. Ich kann unmöglich nach Hause gehen. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich will hierbleiben bei Ihnen, wenn Sie es erlauben. Nein, ich kann nicht heimgehen. Sie nickte, als verstünde sie mich. Und indem sie nickte, betrachtete ich die Locke, die von ihrer Stirn am Ohr vorbei fiel, und ich sah, dass die welke Blume eine Kamelie war. Von drüben schmetterte die Musik, am Buffet riefen die Kellnerinnen und hasste ihre Bestellungen aus. Bleib nur hier, sagte sie mit einer Stimme, die mir wohltat. Warum kannst du denn nicht heimgehen? Nein, ich kann nicht. Zu Hause wartet etwas auf mich. Nein, ich kann nicht. Es ist zu schrecklich. Dann lass es warten und bleib da. Komm, wische dir erst die Brille ab. Du kannst ja gar nichts sehen. So, gib dein Taschentuch. Was wollen wir denn trinken? Burgunder? Sie wischt mir meine Brille ab. Nun sah ich sie erst deutlich. Das bleiche, feste Gesicht mit dem blutrot geschminkten Mund, mit den hellen, grauen Augen, mit der glatten, kühlen Stirn, mit der kurzen, straffen Locke vorm Ohr. Gütig und ein klein wenig spöttisch nahm sie sich meiner an, bestellte Wein, stieß mit mir an und sah dabei auf meine Schuhe hinunter. Mein Gott, woher kommst du denn? Du siehst aus, wie wenn du zu Fuß von Paris gekommen wärst. So kommt man doch nicht auf einen Ball. Ich sagte ja und nein, lachte ein wenig, ließ sie reden. Sie gefiel mir sehr und ich war darüber verwundert, denn solche jungen Mädchen hatte ich bisher gemieden und eher mit Misstrauen betrachtet. Und sie war genauso mit mir, wie es in diesem Augenblick für mich gut war. Und so ist sie es auch seither zu jeder Stunde mit mir gewesen. Sie behandelte mich so schonend, wie ich es nötig hatte und so spöttisch, wie ich es nötig hatte. Sie bestellte ein belegtes Brot und befahl mir, es zu essen. Sie schenkte mir ein und hieß mich einen Schluck trinken, aber nicht zu rasch. Dann lobte sie meine Volkssamkeit. Du bist brav, meinte sie ermunternd. Du machst es einem nicht schwer. Wollen wir wetten, dass es lange her ist, seit du zum letzten Mal jemandem hast gehorchen müssen? Ja, sie haben die Wette gewonnen. Woher wussten sie denn das? Keine Kunst. Gehorchen ist wie Essen und Trinken. Wer es lange entbehrt hat, dem geht nichts darüber. Nicht wahr? Du gehorchst mir gern. Sehr gern. Sie wissen alles. Du machst es einem leicht. Vielleicht, Freund, könnte ich dir auch sagen, was das ist, was daheim auf dich wartet und wovor du solche Angst hast. Aber du weißt es ja selber. Wir brauchen nicht davon zu reden, gell? Dummes Zeug. Entweder einer hängt sich auf, nun ja, dann hängt er sich eben auf. Er wird Grund dazu haben. Oder er lebt noch. Dann hat er sich bloß um das Leben zu kümmern. Nichts ist einfacher. Oh, rief ich, wenn das so einfach wäre. Ich habe mich bei Gott genug um das Leben gekümmert. Es hat nichts genützt. Sich aufhängen ist vielleicht schwer, ich weiß es nicht. Aber Leben ist viel, viel schwerer. Weiß Gott, wie schwer es ist. Nun, du wirst sehen, dass es kinderleicht ist. Den Anfang haben wir schon gemacht. Du hast deine Brille geputzt, hast gegessen, hast getrunken. Jetzt gehen wir und bürsten deine Hosen und Schuhe ein wenig. Sie haben es nötig und dann wirst du einen Schimmi mit mir tanzen. Da sehen Sie, rief ich eifrig, dass ich doch recht hatte. Nichts tut mir mehr leid, als einen Befehl von Ihnen nicht ausführen zu können. Aber diesen kann ich nicht ausführen. Ich kann keinen Schimmi tanzen und auch keinen Walzer und keine Polkern, wie die Dinger alle heißen. Ich habe nie in meinem Leben tanzen gelernt. Sehen Sie jetzt, dass doch nicht alles so einfach ist, wie Sie meinen. Das schöne Mädchen lächelte mit seinen blutroten Lippen und schüttelte den festen, knabenhaft frisierten Kopf. Indem ich sie ansah, wollte mir scheinen, sie gleiche der Rosa Kreisler, dem ersten Mädchen, in das ich mich einst als Knabe verliebt hatte. Aber die war ja bräunlich und dunkelhaarig gewesen. Nein, ich wusste nicht, an wen dies fremde Mädchen mich erinnerte. Ich wusste nur, es war etwas aus sehr früher Jugend, aus der Knabenzeit. Langsam rief sie, langsam. Du kannst also nicht tanzen? Überhaupt nicht? Nicht einmal einen One Step? Und da behauptest du, weiß Gott, welche Mühe du dir mit dem Leben gegeben habest? Da hast du geflunkert, Junge. Das sollte man in deinem Alter nicht mehr tun. Ja, wie kannst du sagen, du habest dir mit dem Leben Mühe gegeben, wenn du nicht einmal tanzen willst? Ja, wenn ich es doch nicht kann, ich habe es nie gelernt. Sie lachte. Aber Lesen und Schreiben hast du gelernt, Geld? Und Rechnen wahrscheinlich auch noch Latein und Französisch und allerlei solche Sachen. Ich will wetten, du bist zehn oder zwölf Jahre in der Schule gesessen, hast womöglich auch noch studiert, hast vielleicht sogar den Doktortitel und kannst Chinesisch oder Spanisch. Oder nicht? Also, aber das bisschen Zeit und Geld für ein paar Tanzstunden hast du nicht aufgebracht. Na? Es waren meine Eltern, rechtfertigte ich mich. Sie haben mich Latein und Griechisch und all das Zeug lernen lassen, aber tanzen lernen ließen sie mich nicht. Es war bei uns nicht Mode. Meine Eltern haben selber nie getanzt. Ganz kalt sah sie mich an, voller Verachtung, und wieder sprach aus ihrem Gesicht etwas, was mich an frühe Jugendzeiten erinnerte. So, also deine Eltern müssen schuldig sein. Hast du sie auch gefragt, ob du heute Abend in den schwarzen Adler gehen dürftest? Hast du? Sie sind schon lange tot, sagst du? Na also, wenn du aus lauter Volkssamkeit in deiner Jugend nicht hast tanzen lernen wollen, meinetwegen, obwohl ich nicht glaube, dass du damals so ein Musterknabe warst. Aber nachher, was hast du denn nachher alle die Jahre lang getrieben? Ach, gestand ich, ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe studiert, Musik gemacht, Bücher gelesen, Bücher geschrieben, Reisen gemacht. Merkwürdige Ansichten, die du vom Leben hast. Du hast also immer schwierige und komplizierte Sachen getrieben und die einfachen hast du gar nicht gelernt. Keine Zeit? Keine Lust? Na, meinetwegen, Gott sei Dank, bin ich nicht deine Mutter. Aber dann so tun, als hättest du das Leben durchprobiert und nichts daran gefunden? Nein, das geht nicht. Schelten sie nicht, Bartich, ich weiß schon, dass ich verrückt bin. Ach was, sing mir keine Lieder vor. Du bist keineswegs verrückt, Herr Professor. Du bist mir sogar viel zu wenig verrückt. Du bist mir so auf eine dumme Art gescheit, scheint mir, richtig wie ein Professor. Komm, iss doch ein Brötchen. Nachher erzählst du weiter. Sie besorgte mir nochmals ein Brötchen, hatte etwas Salz daran, strich ein wenig Senf darauf, schnitt ein Stückchen für sich selber ab und hieß mich essen. Ich aß. Ich hätte alles getan, was sie mich geheißen hätte. Alles außer tanzen. Es tat ungeheuer wohl, jemand zu gehorchen, neben jemand zu sitzen, der einen ausfragte, einen Befall, einen Ausschalt. Hätte der Professor oder seine Frau das für ein paar Stunden getan, es wäre mir viel erspart geblieben. Aber nein, es war gut so, es wäre mir viel entgangen. Wie heißt du eigentlich? fragte sie plötzlich. Harry. Harry? Ein Bubenname und ein Bub bist du auch, Harry. Trotz den paar grauen Flecken im Haar, du bist ein Bub und du solltest jemand haben, der ein wenig nach dir schaut. Vom Tanzen sage ich nichts mehr, aber wie du frisiert bist, hast du denn keine Frau, keinen Schatz? Ich habe keine Frau mehr, wir sind geschieden. Einen Schatz habe ich schon, aber er wohnt nicht hier. Ich sehe ihn nur selten. Wir kommen nicht sehr gut miteinander aus. Sie piff leise durch die Zähne. Du scheinst ein recht schwieriger Herr zu sein, dass keine bei dir bleibt, aber sag jetzt, was war denn heute Abend Besonderes los, dass du so vergeistert in der Welt herumgelaufen bist? Krach gehabt? Geld verspielt? Das war nun schwierig zu sagen. Sehen Sie, fing ich an, es war eigentlich eine Kleinigkeit. Ich war eingeladen bei einem Professor, ich selber bin aber keiner und eigentlich hätte ich gar nicht hingehen sollen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so bei Leuten zu sitzen und zu schwatzen. Ich habe es verlernt. Ich ging auch schon in das Haus hinein mit dem Gefühl, es werde nicht gut gehen. Als ich meinen Hut aufhängte, kam mir schon der Gedanke, ich würde ihn vielleicht schon bald wieder brauchen. Ja, und bei diesem Professor also, da stand auf dem Tisch so ein Bild herum. Ein dummes Bild, das mich ärgerte. Was für ein Bild? Warum ärgerte? unterbrach sie mich. Ja, es war ein Bild, das den Goethe vorstellte, wissen Sie, den Dichter Goethe. Er war aber darauf nicht so, wie er wirklich ausgesehen hat, das weiß man nämlich überhaupt nicht genau, er ist seit 100 Jahren tot, sondern irgendein moderner Maler hatte den Goethe da so zurechtfrisiert, wie er sich ihn vorstellt. Dieses Bild ärgerte mich und war mir scheußlich zuwider. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Kann ich sehr gut verstehen, sei ohne Sorge, weiter. Schon vorher war ich mit dem Professor uneins. Er ist wie die Professoren fast alle, ein großer Patriot und hat während des Krieges brav mitgeholfen, das Volk anzulügen, im besten Glauben natürlich. Ich aber bin ein Kriegsgegner, na, einerlei, also weiter. Ich hätte ja das Bild gar nicht anzusehen brauchen. Hättest du allerdings nicht. Aber erstens tat es mir wegen des Goethe leid, der ist mir nämlich sehr, sehr lieb. Dann war es so, dass ich dachte, nun, ich dachte oder fühlte etwas so. Da sitze ich nun bei den Leuten, die ich für meinesgleichen ansehe und von denen ich dachte, auch sie werden den Goethe ähnlich wie ich lieben und sich etwa ein ähnliches Bild von ihm machen wie ich. Nun haben sie da dieses geschmacklose, verfälschte, versüßte Bild stehen und finden es herrlich und merken gar nicht, dass der Geist dieses Bildes genau das Gegenteil von Goethes Geist ist. Sie finden das Bild wunderbar und meinetwegen können sie es ja auch. Aber für mich ist dann auf einmal alles Vertrauen zu diesen Leuten, alle Freundschaft für sie und alles Gefühl von Verwandtschaft und Zusammengehören aus und vorbei. Übrigens war die Freundschaft ohnehin nicht groß. Also da wurde ich wütend und traurig und sah, dass ich ganz allein war und niemand mich verstand. Begreifen Sie? Leicht zu begreifen, Harry. Und dann? Hast du ihnen das Bild an die Köpfe gehauen? Nein, ich habe geschimpft und bin fortgelaufen. Ich wollte nach Hause, aber... Aber da wäre keine Mama gewesen, um den dummen Buben zu trösten oder auszuschelten. Nun ja, Harry, du tust mir beinahe leid. Du bist ein Kindskopf ohnegleichen. Gewiss, das sah ich ein, wie mir schien. Sie gab mir ein Glas Wein zu trinken. Sie war in der Tat wie eine Mama mit mir. Zwischen ein, aber sah ich für Augenblicke, wie jung und schön sie war. Also fing sie dann wieder an. Also der Goethe ist vor hundert Jahren gestorben und der Harry hat ihn sehr gern. Und er macht sich eine wunderbare Vorstellung von ihm, wie er ausgesehen haben mag. Und dazu hat Harry auch das Recht, nicht? Aber der Maler, der auch für den Goethe schwärmt und sich ein Bild von ihm macht, der hat kein Recht dazu. Und der Professor auch nicht. Und überhaupt niemand, denn das passt Harry nicht. Er verträgt das nicht. Er muss dann schimpfen und davonlaufen. Wenn er klug wäre, so wird er über den Maler und den Professor einfach lachen. Wenn er verrückt wäre, würde er ihnen ihren Goethe ins Gesicht schmeißen. Da er aber bloß ein kleiner Bub ist, läuft er heim und will sich aufhängen. Ich habe deine Geschichte gut verstanden, Harry. Es ist eine komische Geschichte. Sie macht mich lachen. Halte, trink nicht so rasch. Burgunder trinkt man langsam. Er macht sonst zu heiß. Aber dir muss man alles sagen, kleiner Bub. Ihr Blick war streng und ermahnend wie der einer sechzigjährigen Gouvernante. Oh ja, bat ich zufrieden. Sagen Sie mir nur alles. Was soll ich dir sagen? Alles, was sie mögen. Gut, ich sage dir etwas. Seit einer Stunde hörst du, dass ich Du zu dir sage. Und du sagst immer noch sie zu mir. Immer lateinisch und griechisch, immer möglichst kompliziert. Wenn ein Mädchen Du zu dir sagt und sie dir nicht zuwider ist, dann sagst du auch Du zu ihr. So, da hast du etwas zugelernt. Und zweitens, seit einer halben Stunde weiß ich, dass Du Harry heißt. Ich weiß es, weil ich Dich gefragt habe. Du aber willst nicht wissen, wie ich heiße. Oh, doch, sehr gern will ich es wissen. Zu spät, kleiner. Wenn wir es einmal wiedersehen, kannst du wieder fragen. Heute sage ich es nicht mehr. So, und jetzt will ich tanzen. Da sie Miene machte, aufzustehen, sank plötzlich meine Stimmung tief. Ich bekam Angst, sie würde gehen und mich allein lassen. Und dann würde alles wieder, wie es vorher gewesen war. Wie ein vorübergehend verschwundener Zahnschmerz plötzlich wieder da ist und wie Feuer brennt, so war in einem Augenblick die Angst und das Grauen wieder da. Oh Gott, hatte ich denn vergessen können, was auf mich wartete? War denn etwas anders geworden? Halt, rief ich flehend, gehen Sie, geh nicht fort. Natürlich kannst du tanzen, so viel du willst, aber bleib nicht lange fort. Komm wieder, komm wieder. Lachend stand sie auf. Ich hatte sie mir stehend größer gedacht. Sie war schlank, aber nicht groß. Wieder erinnerte sie mich an jemand, an wen es war nicht zu finden. Du kommst wieder? Ich komme wieder, aber es kann eine Weile dauern, eine halbe Stunde oder auch eine ganze. Ich will dir was sagen. Mach die Augen zu und schlafe ein wenig. Das ist, was du nötig hast. Ich machte ihr Platz und sie ging. Ihr Röckchen streifte meine Knie. Im Gehen blickte sie in einen runden, winzig kleinen Taschenspiegel, zog die Augenbrauen hoch, wischte mit einem winzigen Puderquästchen über ihr Kinn und verschwand im Tanzsaal. Ich blickte um mich, fremde Gesichter, rauchende Männer, verschüttetes Bier auf dem Marmortisch, Geschrei und Gekreische überall, nebenan die Tanzmusik. Ich solle schlafen, hatte sie gesagt. Ach, gutes Kind, du hast eine Ahnung von meinem Schlaf, der Scheuer ist als ein Wiesel. In diesem Jahr mag ich schlafen, am Tisch sitzend, zwischen den klappernden Bierkrügen. Ich nippte am Wein, zog eine Zigarre aus der Tasche, sah mich nach Streichhölzern um, aber eigentlich war mir nichts am Rauchen gelegen. Ich legte die Zigarre vor mir auf den Tisch. Mach die Augen zu, hatte sie zu mir gesagt. Weiß Gott, woher das Mädchen diese Stimme hatte, diese etwas tiefe, gute Stimme, eine mütterliche Stimme. Es war gut, dieser Stimme zu gehorchen. Ich hatte es erfahren. Gehorsam machte ich die Augen zu, lehnte den Kopf an die Wand, hörte hundert heftige Geräusche mich umtosen, lächelte über die Idee, an diesem Ort zu schlafen, beschloss, an die Saaltür zu gehen und einen Blick in den Tanzsaal zu erhaschen. Ich musste doch mein schönes Mädchen tanzen sehen, bewegte unterm Stuhl die Füße, fühlte es jetzt wie unendlich müde, ich vom stundenlangen Umherirren war und blieb sitzen. Und da schlief ich auch schon, dem mütterlichen Befehl getreu, schlief gierig und dankbar und träumte, träumte klarer und hübscher, als ich seit Langem geträumt hatte. Mir träumte, ich saß und wartete in einem altmodischen Vorzimmer. Zuerst wusste ich nur, dass ich bei einer Exzellenz angemeldet sei und dann fiel mir ein, dass es ja Herr von Goethe sei, von dem ich empfangen werden sollte. Leider war ich nicht ganz als Privatmann hier, sondern als Korrespondent an der Zeitschrift. Das störte mich sehr und ich konnte nicht begreifen, welcher Teufel mich in diese Situation hineingeritten hatte. Außerdem beunruhigte mich ein Skorpion, der soeben noch sichtbar gewesen war und an meinem Bein hochzuklettern versucht hatte. Ich hatte mich zwar gegen das kleine schwarze Kriechtier gewehrt und geschüttelt, wusste aber nicht, wo es jetzt stecke und wagte nirgends hinzugreifen. Auch war ich nicht ganz sicher, ob man mich nicht aus Versehen statt bei Goethe bei Mattison angemeldet habe, den ich aber im Traum mit Bürger verwechselte, denn ich schrieb ihm die Gedichte an Molly zu. Übrigens wäre mir ein Zusammentreffen mit Molly höchst erwünscht gewesen. Ich dachte sie mir wundervoll, weich, musikalisch, abendlich, wäre ich nur nicht im Auftrag jener verwünschten Redaktion da gesessen. Mein Unmut hierüber stieg mehr und mehr und übertrug sich allmählich auch auf Goethe, gegen den ich nur mit einem Mal alle möglichen Bedenken und Vorwürfe hatte. Das konnte eine schöne Audienz geben. Der Skorpion aber, wenn auch gefährlich und vielleicht in meiner nächsten Nähe, versteckt war, doch vielleicht nicht so schlimm. Er konnte, so schien mir vielleicht, auch Freundliches bedeuten. Es schien mir sehr möglich, dass er irgendetwas mit Molly zu tun habe, eine Art Bote von ihr sei oder ihr Wappentier, ein schönes, gefährliches Wappentier der Weiblichkeit und der Sünde. Konnte das Tier nicht vielleicht Vulpius heißen? Aber da riss ein Diener die Tür auf. Ich erhob mich und ging hinein. Da stand der alte Goethe. Klein und sehr steif und richtig hatte er einen dicken Ordenstern auf seiner Klassikerbrust. Immer noch schien er zu regieren, immer noch Audienzen zu empfangen, immer noch die Welt von seinem Weimarer Museum aus zu kontrollieren. Denn kaum hat er mich erblickt, so nickte er ruckend mit dem Kopf wie ein alter Rabe und sprach feierlich, Nun, ihr jungen Leute, ihr seid ja wohl mit uns und unseren Bemühungen recht wenig einverstanden. Ganz richtig, sagte ich, von seinem Ministerblick durchkältet, wir jungen Leute sind in der Tat nicht mit Ihnen einverstanden, alter Herr. Sie sind uns zu feierlich, Exzellenz, und zu eitel und wichtig, turisch und zu wenig aufrichtig. Dies dürfte das Wesentliche sein, zu wenig aufrichtig. Der kleine alte Mann bewegte den strengen Kopf etwas nach vorn und indem sein harter, amtlich gefalteter Mund sich in einem kleinen Lächeln entspannt und entzückend lebendig wurde, schlug mir plötzlich das Herz, denn es fiel mir auf einmal das Gedicht ein, Dämmerung senkte sich von oben und dass dieser Mann und dieser Mund es sei, aus dem die Worte jenes Gedichtes gekommen waren. Eigentlich war ich in diesem Augenblick schon vollkommen entwaffnet und übermannt und wäre am liebsten wohl ihm hingekniet, aber ich hielt mich stramm und hörte aus seinem lächelnden Munde die Worte, Ei, also der Unaufrichtigkeit, bezeihen Sie mich, was das für Worte sind, wollen Sie sich nicht näher erklären? Gern wollte ich das, sehr gern. Sie haben, Herr von Goethe, gleich allen großen Geistern die Fragwürdigkeit, die Hoffnungslosigkeit des Menschenlebens, deutlich erkannt und gefühlt, die Herrlichkeit des Augenblicks und sein Elendes verwelken, die Unmöglichkeit, eine schöne Höhe des Gefühls anders zu bezahlen als durch die Kerkerhaft des Alltags, die brennende Sehnsucht nach dem Reich des Geistes, die mit der ebenso brennenden und ebenso heiligen Liebe zur verlorenen Unschuld der Natur in ewigem, tödlichem Kampfe liegt, dies ganze furchtbare Schweben im Leeren und Ungewissen, dies Verurteiltsein zum Vergänglichen, niemals Vollgültigen, ewig Versuchhaften und Dilettantischen, kurz die ganze Aussichtslosigkeit, Verstiegenheit und brennende Verzweiflung des Menschseins. Dies alles haben sie gekannt, sich eh und je auch dazu bekannt und dennoch haben sie mit ihrem ganzen Leben das Gegenteil gepredigt, haben Glauben und Optimismus geäußert, haben sich und anderen eine Dauer und einen Sinn unserer geistigen Anstrengungen vorgespielt. Sie haben die Bekenner der Tiefe, die Stimmen der verzweifelten Wahrheit abgelehnt und unterdrückt, in sich selbst ebenso wie in Kleist und Beethoven. Sie haben jahrzehntelang so getan, als sei das Anhäufen von Wissen, von Sammlungen, das Schreiben und Sammeln von Briefen, als sei ihre ganze Weimarer Altersexistenz in der Tat ein Weg, um den Augenblick zu verewigen, den sie doch nur mumifizieren konnten, um die Natur zu vergeistigen, die sie doch nur zur Maske stilisieren konnten. Das ist die Unaufrichtigkeit, die wir ihnen vorwerfen. Nachdenklich blickte der alte Geheimrat mir in die Augen, sein Mund lächelte noch immer, dann fragte er zu meiner Verwunderung, die Zauberflöte von Mozart muss ihnen dann wohl recht sehr zuwider sein. Noch ehe ich protestieren konnte, fuhr er fort, die Zauberflöte stellt das Leben als einen köstlichen Gesang dar. Sie preist unsere Gefühle, die doch vergänglich sind, wie etwas Ewiges und Göttliches. Sie stimmt weder dem Herrn von Kleist noch dem Herrn Beethoven zu, sondern predigt Optimismus und Glauben. Ich weiß, ich weiß, rief ich wütend, weiß Gott, wie sie gerade auf die Zauberflöte verfallen sind, die mir das Liebst auf der Welt ist. Aber Mozart ist nicht 82 Jahre alt geworden und hat nicht in seinem persönlichen Leben diese Ansprüche an Dauer, an Ordnung, an steife Würde gestellt wie sie. Er hat sich nicht so wichtig gemacht, er hat seine göttlichen Melodien gesungen und ist arm gewesen und früh gestorben, arm, verkannt. Der Atem ging mir aus, tausend Dinge hätten jetzt den zehn Worten gesagt werden müssen. Ich begann an der Stirn zu schwitzen. Goethe aber sagte sehr freundlich, dass ich 82 Jahre alt geworden bin, mag immerhin unverzeihlich sein. Mein Vergnügen daran war indessen geringer, als Sie denken mögen. Sie haben recht, ein großes Verlangen nach Dauer hat mich stets erfüllt. Ich habe stets den Tod gefürchtet und bekämpft. Ich glaube, der Kampf gegen den Tod, das unbedingt und eigensinnige leben wollen, ist der Antrieb, aus welchem alle hervorragenden Menschen gehandelt und gelebt haben. Dass man am Ende dennoch sterben muss, dies hingegen, mein junger Freund, habe ich mit 82 Jahren ebenso bündig bewiesen, wie wenn ich als Schulknabe gestorben wäre. Wenn es zu meiner Rechtfertigung dienen kann, möchte ich dies noch sagen. In meiner Natur ist viel Kindliches gewesen, viel Neugierde und Spieltrieb, viel Lust zum Zeitvergeuden. Nun, da habe ich eben etwas lange gebraucht, bis ich einsah, es müsse des Spielens einmal genug sein. Während er dies sagte, lächelte er ganz durchtrieben, geradezu schlingelhaft. Seine Gestalt war größer geworden, die steife Haltung und die krampfhafte Würde im Gesicht war verschwunden und die Luft um uns her war jetzt ganz voll von lauter Melodien, lauter Goethe-Liedern. Ich hörte Mozarts Feilchen und Schuberts Füllest wieder Busch und Tal deutlich heraus und Goethes Gesicht war jetzt rosig und jung und lachte und glich bald dem Mozart, bald dem Schubert wie ein Bruder und der Stern auf seiner Brust bestand aus lauter Wiesenblumen, eine gelbe Primel blühte froh und feist aus seiner Mitte hervor. Es passte mir nicht ganz, dass der alte Mann sich meinen Fragen und Anklagen auf eine so scherzhafte Art entziehen wollte und ich blickte den Vorwurfsfall an. Da neigte er sich vor und brachte seinen Mund, den schon ganz kindlich gewordenen Mund dicht an mein Ohr und flüsterte leise in mein Ohr hinein, mein Junge, du nimmst den alten Goethe viel zu ernst. Alte Leute, die schon gestorben sind, muss man nicht ernst nehmen, man tut ihnen sonst unrecht. Wir Unsterblichen lieben das Ernstnehmen nicht, wir lieben den Spaß. Der Ernst, mein Junge, ist eine Angelegenheit der Zeit. Er entsteht, so will ich dir verraten, aus einer Überschätzung der Zeit. Auch ich habe den Wert der Zeit einst überschätzt, darum wollte ich hundert Jahre alt werden. In der Ewigkeit aber, siehst du, gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist bloß ein Augenblick, gerade lange genug, für einen Spaß. In der Tat war kein ernstes Wort mehr, mit dem Mann zu reden. Er tänzelte vergnügt und gelenkig auf und nieder, ließ die Priemel aus seinem Sternenbald wie eine Rakete rausschießen, bald klein werden und verschwinden. Während er mit seinen Tanzschritten und Figuren glänzte, musste ich denken, dass dieser Mann es wenigstens nicht versäumt habe, tanzen zu lernen. Er konnte es wundervoll, da fiel der Skorpion mir wieder ein, oder vielmehr Molli, und ich rief Goethe zu, sagen Sie, ist Molli nicht da? Goethe lachte laut. Er ging zu seinem Tisch, schloss ein Schubfach auf, nahm eine kostbare lederne oder samtene Dose raus, öffnete sie und hielt sie mir unter die Augen. Da lag klein, tadellos und schimmernd ein winziges Frauenbein auf dem dunklen Samt, ein entzückendes Bein, im Knie ein wenig gebogen, der Fuß nach unten gestreckt, in die zierlichsten Zehen spitz auslaufend. Ich streckte die Hand aus und wollte das kleine Bein an mich nehmen, das mich ganz verliebt machte, aber so wie ich mit zwei Fingern zugreifen wollte, schien das Spielzeug sich mit einem winzigen Zuck zu bewegen und es kam mir plötzlich der Verdacht, dies könne der Skorpion sein. Goethe schien das zu begreifen, schien sogar gerade dies gewollt und bezweckt zu haben, diese tiefe Verlegenheit, diesen zuckenden Zwiespalt von Begehren und Angst. Er hielt mir das reizende Skorpionchen ganz nahe vors Gesicht, sah mich danach verlangen, sah mich davor zurückschaudern und dies schien ihm ein großes Vergnügen zu machen. Während er mich mit dem holdengefährlichen Ding neckte, war er wieder ganz alt geworden, uralt, tausend Jahre alt, mit schneeweißem Haar und sein welkes Greisengesicht lachte still und lautlos, lachte heftig in sich hinein, mit einem abgründigen Greisenhumor. Als ich erwachte, hatte ich den Traum vergessen. Erst später fiel er mir wieder ein. Ich hatte wohl gegen eine Stunde geschlafen, mitten in Musik und Getriebe am Wirtstisch. Nie hätte ich das für möglich gehalten. Das liebe Mädchen stand vor mir, eine Hand auf meiner Schulter. Gib mir zwei oder drei Mark, sagte sie. Ich habe drüben etwas verzehrt. Ich gab ihr meinen Geldbeutel, sie ging damit und kam bald wieder. So, jetzt kann ich noch ein kleines Weilchen bei dir sitzen. Dann muss ich gehen, ich habe eine Verabredung. Jeschrak, mit wem denn? fragte ich schnell. Mit einem Herrn, kleiner Harry. Er hat mich in die Odeon-Bar eingeladen. Oh, ich dachte, du würdest mich nicht allein lassen. Dann hättest eben du mich einladen müssen. Es ist dir einer zuvor gekommen. Nun, du sparst hübsch Geld dabei. Kennst du das Odeon? Nach Mitternacht nur Champagner, Clubsessel, Negerkapelle. Sehr fein. Dies alles hatte ich nicht bedacht. Ach, sagte ich bittend, lass dich doch von mir einladen. Ich hielt das für selbstverständlich. Wir sind doch Freunde geworden. Lass dich einladen. Wohin du willst? Ich bitte dich. Das ist nett von dir, aber schau, ein Wort ist ein Wort. Ich habe angenommen und ich werde hingehen. Gib dir keine Mühe mehr. Komm, nimm noch einen Schluck. Wir haben ja noch Wein in der Flasche. Den trinkst du aus und gehst dann hübsch nach Hause und schläfst. Versprich mir's. Nein, du, nach Hause kann ich nicht gehen. Ach, du, mit deinen Geschichten. Bist du noch immer nicht mit dem Goethe fertig? In diesem Augenblick fiel mir der Goethe-Traum wieder ein. Aber wenn du wirklich nicht heimgehen kannst, dann bleib hier im Haus. Es sind Fremdenzimmer da. Soll ich dir eins besorgen? Ich war damit zufrieden und fragte, wo ich sie wiedersehen könne, wo sie denn wohne. Das sagte sie mir nicht. Ich solle nur ein wenig suchen, dann fände ich sie schon. Darf ich dich nicht einladen? Wohin? Wohin du magst und wann du magst? Gut. Am Dienstag zum Abendessen im alten Franziskaner, im ersten Stock. Auf Wiedersehen. Sie gab mir die Hand und erst jetzt fiel diese Hand mir auf. Eine Hand, die ganz zu ihrer Stimme passte, schön und voll, klug und gütig. Sie lachte spöttisch, als ich ihr die Hand küsste. Und im letzten Augenblick wandte sie sich nochmals zu mir und sagte, ich will dir noch etwas sagen wegen des Goethe. Schau so, wie es dir mit dem Goethe gegangen ist, dass du das Bild von ihm nicht vertragen konntest. So geht es mir manchmal mit den Heiligen. Den Heiligen? Bist du so fromm? Nein, ich bin nicht fromm, leider, aber ich bin es einmal gewesen und werde es einmal wieder sein. Man hat ja keine Zeit zum Frommsein. Keine Zeit? Braucht man denn Zeit dazu? Oh ja, zum Frommsein braucht man Zeit, man braucht sogar noch mehr, Unabhängigkeit von der Zeit. Du kannst nicht ernstig fromm sein und zugleich in der Wirklichkeit leben und sie auch noch ernst nehmen. Die Zeit, das Geld, die Odeonbar und all das, ich verstehe, aber wie ist das mit den Heiligen? Ja, da gibt es manche Heilige, die habe ich besonders gern, den Stefan, den Heiligen Franz und andere. Von ihnen sehe ich nun manchmal Bilder und auch vom Heiland und der Mutter Gottes solche verlogene, verfälschte, verdummte Bilder und die kann ich gerade so wenig aufstehen wie du, jenes Goethe-Bild. Wenn ich so einen süßen, dummen Heiland oder Heiligen Franz sehe und sehe, wie andere diese Bilder schön und erbaulich finden, dann spüre ich es wie eine Beleidigung des richtigen Heilands und denke, ach, wozu hat er gelebt und so furchtbar gelitten, wenn den Leuten schon so ein dummes Bild von ihm genügt. Aber ich weiß trotzdem, dass auch mein Heiland oder Franz Bild bloß ein Menschenbild ist und an das Urbild nicht hinreicht, dass dem Heiland selbst mein inneres Heilandbild gerade so dumm und unzulänglich vorkommen würde wie mir jene süßlichen Nachbilder. Ich sage dir das nicht, um dir in deiner Verstimmung und Wut gegen das Goethe-Bild recht zu geben, nein, du bist da im Unrecht. Ich sage es bloß, um dir zu zeigen, dass ich dich verstehen kann. Ihr Gelehrte und Künstler habt ja allerlei aparte Sachen in euren Köpfen, aber ihr seid Menschen wie andere und auch wir anderen haben unsere Träume und Spiele im Kopf. Ich habe nämlich gemerkt, gelehrter Herr, dass du ein bisschen in Verlegenheit kamst, wie du mir deine Goethe-Geschichte erzählen solltest. Du musstest dich anstrengen, um deine idealen Sachen so einem einfachen Mädchen verständlich zu machen. Nun, da möchte ich dir doch zeigen, dass du dich nicht so anzustrengen brauchst. Ich verstehe dich schon. So, und jetzt Schluss. Du gehörst ins Bett. Sie ging und mich führte ein greiser Hausdiener zwei Treppen hinauf. Vielmehr erst fragte er nach meinem Gepäck und als er hörte, es sei keines da, musste ich das, was er Schlafgeld nannte, vorausbezahlen. Dann brachte er mich durch ein altes, finsteres Treppenhaus in eine Kammer hinauf und ließ mich allein. Da stand ein dürres Holzbett, sehr kurz und hart, und an der Wand hing ein Säbel und ein farbiges Bildnis von Garibaldi, auch ein verwelbter Kranz von einer Vereinsfeier. Für ein Nachthemd hätte ich viel gegeben. Wenigstens war Wasser und ein kleines Handtuch da. Ich konnte mich waschen. Dann legte ich mich in den Kleidern aufs Bett, ließ das Licht brennen und hatte Zeit zum Nachdenken. Also mit Goethe war ich jetzt in Ordnung. Herrlich, dass er im Traum zu mir gekommen war. Und dieses wunderbare Mädchen, wenn ich doch ihren Namen gewusst hätte, plötzlich ein Mensch, ein lebendiger Mensch, der die trübe Glasglocke meiner Abgestorbenheit, zerschlug und mir die Hand hereinstreckte, eine gute, schöne, warme Hand. Plötzlich wieder Dinge, die mich etwas angingen, an die ich mit Freude, mit Sorge, mit Spannung denken konnte. Plötzlich eine Tür offen, durch die das Leben zu mir hereinkam. Ich konnte vielleicht wieder leben, ich konnte vielleicht wieder ein Mensch werden. Meine Seele, in der Kälte eingeschlafen und nahezu erfroren, atmete wieder, schlug schläfrig mit kleinen, schwachen Flügeln. Goethe war bei mir gewesen, ein Mädchen hatte mich essen, trinken, schlafen geheißen, hatte mir Freundliches erwiesen, hatte mich ausgelacht, hatte mich einen dummen, kleinen Jungen genannt. Und sie hatte mir auch die wunderbare Freundin von den Heiligen erzählt und mir gezeigt, dass ich sogar in meinen wunderlichsten Verstiegenheiten gar nicht allein und unverstanden und eine krankhafte Ausnahme sei. Dass ich Geschwister habe, dass man mich verstehe. Ob ich sie wiedersehen würde? Ja, gewiss, sie war zuverlässig. Ein Wort ist ein Wort. Und schon schlief ich wieder, schlief vier, fünf Stunden. Es war zehn Uhr vorüber, als ich aufwachte, in zerknitterten Kleidern, zerschlagen, müde, die Erinnerung an irgendetwas Grässliches von gestern im Kopf, aber lebendig, hoffnungsvoll, voll guter Gedanken. Bei der Heimkehr meiner Wohnung empfand ich nichts mehr von den Schrecken, die diese Heimkehr gestern für mich gehabt hatte. Auf der Treppe oberhalb der Araukarie traf ich mit der Tante zusammen, meiner Vermieterin, die ich selten zu Gesicht bekam, deren freundliches Wesen mir aber sehr gefiel. Die Begegnung war mir nicht angenehm, ich war immer in etwas verwahrlost und übernächtigt, nicht gekämmt und nicht rasiert. Ich grüßte und wollte vorübergehen, sonst respektierte sie mein Verlangen nach alleinbleiben und nicht beachtet werden stets. Heute aber schien in der Tat zwischen mir und der Umwelt ein Schleier zerrissen, eine Schranke gefallen zu sein. Sie lacht und blieb stehen. Sie haben gebummelt, Herr Haller. Sie waren ja heute Nacht gar nicht im Bett. Sie werden schön müde sein. Ja, sagte ich und musste auch lachen, es ging heute Nacht etwas lebhaft zu. Und weil ich den Stil ihres Hauses nicht stören wollte, schlief ich in einem Hotel. Mein Respekt vor der Ruhe und Achtbarkeit ihres Hauses ist groß. Manchmal komme ich mir darin sehr wie ein Fremdkörper vor. Spotten Sie nicht, Herr Haller. Oh, ich spotte bloß über mich selber. Eben, das sollten Sie nicht tun. Sie sollen sich in meinem Haus nicht als Fremdkörper fühlen. Sie sollen leben, wie es Ihnen gefällt und treiben, was Sie mögen. Ich habe schon manche sehr, sehr achtbare Mieter gehabt, Juwelen an Achtbarkeit, aber keiner war ruhiger und hat uns weniger gestört als Sie. Und jetzt wollen Sie einen Tee haben? Ich widerstand nicht. In Ihrem Salon mit den schönen Großväterbildern und Großvätermöbeln bekam ich Tee vorgesetzt. Und wir schwatzten ein wenig. Die freundliche Frau erfuhr, ohne eigentlich zu fragen, dies und jenes aus meinem Leben und meinen Gedanken und hörte zu, mit der Mischung von Achtung und mütterlichem nicht ganz ernst nehmen, welche kluge Frauen für die Verschrobenheiten der Männer haben. Es war auch von Ihrem Neffen die Rede und sie zeigte ihm in einem Nebenzimmer dessen neueste Feierabendarbeit einen Radioapparat. Da saß der fleißige junge Mensch an seinen Abenden und stocherte eine solche Maschine zusammen, hingerissen von der Idee der Drahtlosigkeit, anbetend auf frommen Knien vor dem Gott der Technik, welcher es fertiggebracht hat, nach Jahrtausenden Dinge zu entdecken und höchst unvollkommen darzustellen, welche jeder Denker schon immer gewusst und klüger benutzt hat. Wir sprachen darüber, denn die Tante neigt ein klein wenig zur Frömmigkeit und religiöse Gespräche sind ihr nicht unlieb. Ich sagte ihr, die Allgegenwart aller Kräfte und Taten sei den alten Indern sehr wohl bekannt gewesen. Und die Technik habe lediglich ein kleines Stück dieser Tatsache dadurch ins allgemeine Bewusstsein gebracht, dass sie dafür, nämlich für die Tonwellen, einen vorerst noch grauenhaft unvollkommenen Empfänger und Sender konstruiert habe. Die Hauptsache jener alten Erkenntnis, die Unwirklichkeit der Zeit, sei bisher von der Technik noch nicht bemerkt worden. Schließlich werde aber natürlich auch sie entdeckt werden und den geschäftigen Ingenieuren in die Finger geraten. Man werde vielleicht schon sehr bald entdecken, dass nicht nur gegenwärtige, augenblickliche Bilder und Geschehnisse uns beständig umfluten, so wie die Musik aus Paris und Berlin jetzt in Frankfurt oder Zürich hörbar gemacht wird, sondern dass alles je Geschehene ganz ebenso registriert und vorhanden sei. Und dass wir wohl eines Tages mit oder ohne Draht, mit oder ohne störende Nebengeräusche den König Salomo und den Walter von der Vogelweide werden sprechen hören. Und dass dies alles ebenso wie heute die Anfänge des Radios den Menschen nur dazu dienen werde, von sich und ihren Zielen wegzufliehen und sich mit einem immer dichteren Netz von Zerstreuung und nutzlosem Beschäftigtsein zu umgeben. Aber ich sagte alle diese mir geläufigen Dinge nicht mit dem gewohnten Ton von Erbitterung und Hohn gegen die Zeit und gegen die Technik, sondern scherzhaft und spielend. Und die Tante lächelte. Und wir saßen wohl eine Stunde beisammen, tranken Tee und waren zufrieden. Auf Dienstagabend hatte ich das schöne, merkwürdige Mädchen aus dem schwarzen Adler eingeladen. Und die Zeit bis dahin herumzubringen machte mir nicht wenig Mühe. Und als endlich der Dienstag gekommen war, war mir die Wichtigkeit meiner Beziehung zu dem unbekannten Mädchen bis zum Erschrecken klar geworden. Ich dachte nur an sie. Ich erwartete alles von ihr. Ich war bereit, ihr alles zu opfern und zu Füßen zu legen, ohne doch im Mindesten in sie verliebt zu sein. Ich brauchte mir nur vorzustellen, sie würde unsere Verabredung brechen oder vergessen können. Dann sah ich deutlich, wie es mit mir stand. Dann wäre die Welt wieder leer, wäre ein Tag so grau und wertlos wie der andere, wäre um mich her wieder die ganze grauenvolle Stille und Erstorbenheit gewesen und kein Ausgang aus dieser schweigsamen Hölle als das Rasiermesser. Und das Rasiermesser war mir in diesen paar Tagen um nichts lieber geworden. Es hatte nichts von seinen Schrecken verloren. Dies eben war ja das Hässliche. Ich hatte eine tiefe, herzerdrückende Angst vor dem Schnitt durch meine Kehle. Ich fürchtete mich vor dem Sterben mit ebenso wilder, zäher, sich wehrender und bäumender Kraft, als wenn ich der gesundeste Mensch um mein Leben ein Paradies gewesen wäre. Ich erkannte meinen Zustand mit voller rücksichtsloser Deutlichkeit und erkannte, dass die unerträgliche Spannung zwischen nicht leben können und nicht sterben können es war, die mir die unbekannte, die kleine, hübsche Tänzerin aus dem Schwarzen Adler so wichtig machte. Sie war das kleine Fensterchen, das winzige, lichte Loch in meiner finstern Angsthöhle. Sie war die Erlösung, der Weg ins Freie. Sie musste mich leben lehren oder sterben lehren. Sie mit ihrer festen und hübschen Hand musste mein erstarrtes Herz antasten, damit es unter der Berührung des Lebens entweder aufblühe oder in Asche zerfalle. Woher sie diese Kräfte nahm, woher die Magie ihr kam, aus welchen geheimnisvollen Gründen ihr diese tiefe Bedeutung für mich erwachsen war, darüber konnte ich nicht nachdenken. Es war auch einerlei, mir lag nichts dran, dies zu wissen. An keinem Wissen, an keiner Einsicht war mir mehr das Mindeste gelegen. Eben damit war ich ja überfüttert. Eben darin lag die schärfste und höhnendste Qual und Schmach für mich, dass ich meinen eigenen Zustand so deutlich sah, seiner so sehr bewusst war. Ich sah diesen Kerl, dieses Vieh von Steppenwolf vor mir, wie eine Fliege im Netz und sah zu, wie sein Schicksal der Entscheidung zutrieb, wie er verstrickt und wehrlos im Netze hing, wie die Spinne zum Zubeißen bereit war, wie eine rettende Hand ebenso nahe schien. Ich hätte über die Zusammenhänge und Ursachen meines Leidens, meiner Seelenkrankheit, meiner Verhextheit und Neurose die klügsten und einsichtsvollsten Sachen sagen können. Die Mechanik war mir durchsichtig, aber nicht Wissen und Verstehen war es, was Not tat, wonach ich mich so verzweifelt sehnte, sondern Erleben, Entscheidung, Stoß und Sprung.